So, hallo, da sind wir wieder auf der Wiese, immer noch beim Ballen wickeln, ja, das ist normal für mich im LS, dass ich hier Ballen wickel tue, habe ich bis jetzt, soweit ich weiß, noch nicht gemacht, also zumindest nicht im 19er, ich glaube im 18er haben wir es mal gemacht, äh, im 17er. So, jetzt haben wir noch diese drei Ballen, also 1, 2, 3, und dann sind wir hier auf dem Feld mal fertig, ich habe jetzt hier das alles mal gewickelt, jetzt werden wir es noch alles abfahren, einzeln, abfahren, und dann, jo, gucken wir mal. So, jetzt macht er das noch geschwind, macht er das ja ohne mich, jo, dann kann ich mich schon was anderes machen, das wollt ihr euch vorher schon machen, so, und ihr seid jetzt mal live dabei natürlich, ne. So, zack, oh ne, eigentlich das wollte ich nicht haben. Ja, jetzt. Nein, nicht diese, nein, nicht diese, nein, nicht diese. So, das dürfte jetzt hier leichter sein, ne. Ich glaube ja. So. So, dann können wir nach vorfahren. Ich hoffe es reicht, wir fahren den gleich dahinter hin. Das sieht schon gut wie cool aus, wie das gemacht wird. Na. Oh. Okay. So. Das wäre dann auch erledigt. Gut. Ich habe ja gerade die Befürchtung, dass der Ton etwas zu laut ist, wir machen mal ein bisschen leiser hier. Mal das Spiel speichern mal wieder. Vorsichtshaber. So, wie geht das jetzt? Arbeitsstellung. So. Das ist jetzt nicht das Anderson Pack, das ist einfach ganz der ganz normale. Und das könnte ja schon funktionieren, oder? Ja, ich glaube, das dürfte schon reichen. So. Gucken wir mal. Ah ja, gut. Das ist ja ganz einfach. Ob das jetzt waagerecht funktioniert? Mal gucken. Ah, okay. Er passt sich an. Gut, einsammeln ist nicht das einfachste von dem Ganzen, na. Oh. Okay. Passt da drauf, wenn man so nicht maximal immer nicht erreicht. So. Nochmal schön. Ja, die Fühler müssen halt einfach sein. Ihr bekommt euch diese, ja, knappe Minute extra natürlich wieder obendrauf. Kein Thema. Wollen wir mal nicht so päpschlich sein hier. Beziehungsweise. Ihr bekommt einfach die Minute obendrauf und gut ist. Da muss man ja bald voll sein, oder? Okay. Jetzt merke ich auch, dass das Gewicht hinten dran hängt schon. Das ist ja voll, oder? Gucken wir mal. Passt noch was da rein? Ich glaube es fast nicht, oder? Nein. Okay. So, jetzt fahren wir noch mal kurz auf die Straße und gucken mal, wo das ganze Sache hin muss. Nochmal. Ich glaube, ich habe Landhandel gelesen, aber ich bin mir das nicht ganz sicher. Oh, oh. Ups. Wo muss das hin? Das muss Ballen pressen. Ja, welches hin das jetzt? Die oder die? Feld 68 haben wir angefangen. Und hier hat es noch... Oh je. Da hinten ist nirgendwo auf eine Straße, oder? Wir müssen ja hier in die Gegend hier irgendwo. Da kommt eine Straße... Das ist die Straße. Das sind die Bahngleise. Ne, ich glaube hier ist... Aber hier geht doch auch noch irgendwas runter, oder? Ah, das sind die Bahnlinien. Okay. Okay, gut. Weil hier kommen wir ja bloß noch hier rein. Hier ist die Straße nur. Ne, wir müssen jetzt zwangsweise da hinten rüber. Okay. Hm. Gucken wir mal, wie viel Prozent das jetzt ausmacht, wenn wir das jetzt hinfahren. Schaut, dass es hier nicht irgendwo einen Übergang noch gibt, da rüber. Das wäre nämlich richtig gut. Jetzt müssen wir halt, wie wir vorhin vorher gefahren sind, komplett da hinten rüberfahren. Ich frage mich nur, warum das jetzt nicht wachst, da haben wir so langsam eingeschaut. Gut, wir sind auf langsam auf Stufe 1 dazu, na, noch. So. Da war schon 13,5 Stunden drauf, der Dinger hier. Der Traktor. Ne, ist schon nicht ohne. Hm. So, halt, war das hier? Das war doch hier, oder? Ja, es war hier. Hat schon was, die Ansicht. Aber jetzt hat, glaube ich, schon mal gesagt, heute. Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon die vierte Folge am Stück, wo ich jetzt schon wieder aufnehme hier. Ja. Heute habe ich richtig Zeit dazu. So, ich hoffe, das war der Richtige. Gucken wir mal noch mal kurz vorsichtshalber auf die Karte hat. Ähm, Landhandel. Und da steht auch, wenn wir sagen, wir bringen es jetzt hierher zum Landhandel. Okay. So, und wie tun wir das jetzt? Arbeitstellen, Ballen, Entladen. Okay. Das muss jetzt hinstellen, oder? Okay. Kommen wir ein Stückchen vor. So. Äh, an dieser Stelle entladen. Okay. Wow. 68 Prozent. Nicht schlecht. Halt, zurück. Äh. Zusammenklappen wieder. Dann bleibt schon was übrig. Die verkaufen wir dann aber auch gleich, würde ich sagen, hier. Aaaah. Wir müssen ja komplett ausholen. So, jetzt geht's auch. Da drüben müssen wir das gleich in grün machen. So. Aber 40 Prozent auf jeden Fall. Wenn wir es so haben, würde ich mal sagen. Ja, jetzt sind wir halt hier in der Mission und werden nochmal eine annehmen, würde ich sagen. Ob ich das dann auch aufzeichnen werde, das weiß ich noch nicht so richtig. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe, es funktioniert. Aber auf jeden Fall, denke ich schon... Oh, das war nicht gut. Da bleibt auf jeden Fall, jetzt haben wir ja 16 Ballen und haben schon über 60 Prozent. Äh, alles was dann nochmal eine Ladung und die wird schon zum Teil schon uns wahrscheinlich gut geschrieben, wahrscheinlich. Von dem her passt es dann schon. Ist dann schon okay. Jetzt müssen wir mal kurz wieder gucken. Wir müssen wieder hier reinfahren. Langsam um die Ecke. 69. Dieses Feld muss man nachher auch noch... Na okay, das hält sich ja alles echt in Grenzen. So. Weiter geht's. Na, jetzt komm. Gucken wir mal, ob wir es wahrkriegt, auch kann. Na. Ein bisschen was bleibt übrig. Aber wir müssen schon, jetzt fällt da hinten nicht mehr. Aber das hätten wir jetzt natürlich auch abernten können, die Ecke. Let's comb. So. So. Oh. Ups. Ah, der wird halt ganz voll. Es könnte ja auch sein, dass es nicht reicht. Oder? 11, 12, 13, 14 Ballen. Ja, es wird drumherum sein. Wir hoffen es jetzt einfach mal, dass es ausreicht. Wir hoffen, dass die Menge, dass das funktioniert, weil sonst, ja. Würde ich mal sagen, haben wir ein kleines Problem. So. Können wir wieder reinfahren. Äh, drin. In der Kajüte sozusagen, oder im Cockpit wieder mitfahren. Und dann, das muss man nochmal kurz rüber. Ich weiß, heute ist sehr viel fahren in der Aufnahme drin. Aber muss auch sein. So, jetzt sind wir ja gleich wieder da. Ja, wir haben mal falsch fahren. Oh, je. Den Schwadern haben wir uns gar nicht gebraucht, wenn wir ja schon die Schwadern haben. Das haben wir uns, glaube ich, ziemlich viel Zeit erspart nochmal. Oh. 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 Ups. Shit. Wie klar war das? Ich habe eigentlich schon darauf gewartet, dass ich irgendwo hängen bleibe. So. Wenn ich jetzt wieder zu meine 50 kmh habe, kann ich wieder runterbremsen wahrscheinlich hier wieder, ne? Jetzt bin ich gespannt. Ähm. Ich glaube, Z war es. Und dann müssen wir, glaube ich, wenn es steht uns oben, ist, glaube ich, nochmal ein Z drucken. Und jetzt soll ich es entladen hier. Ah. Okay. Ja. Na komm. So. Müssen wir mal gucken, was er jetzt gleich sieht. Entladen abbrechen. An dieser Stelle entladen Z. Zack. Ha. Fertig. Huftrag abgeschlossen. Super. Genau. Gerade richtig zu folgend Ende. Ich wünsche euch noch was. Bis dann. Und ciao. Ciao, ey. 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 Ciao, ey.